Hi, heute sind wir in Tettnang bei Montfortfest und so wie es aussieht, haben wir geiles Wetter, fühlt sich auch langsam schon. Offiziell geht es jetzt los. Ein herzliches Grüß Gott hier in Tettnang im Schlossgarten. Wir von der Musikkapelle aus Hildensweiler wollen Sie ganz herzlich begrüßen heute Abend hier zum Eröffnungsabend vom Montfortfest vom Diesjährigen. Es ist eine Premiere heute Abend auf dem Festgelände. Ich durfte letztes Jahr am Bärenplatz etwas üben. Ich bin trocken geblieben, die Musik damals auch. Guck mal hier. Heute Abend hier in Tettnang ist sie da. Das ist Theresa und Theresa wird nachher ein bisschen grölen. Also, ja, Rock'n'Roll. Doch vorher, doch vorher, da trinken wir noch erst ein. Oh ja, Mosh, 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 Mosh. Mosh, 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 Mosh. Wie, wie trinken wir heute? Also Prost. Prost. Also, aufs Montfortfest. Prost. Aus Montfortfest. Prost. Prost. Mit was für einem Gefühl stehst du heute auf der Bühne? Mit einem sehr, sehr guten Gefühl, sogar sicheren Gefühl, obwohl wir schon sehr, sehr lange nicht mehr auf der Bühne gestanden sind zusammen. Wer ihr dabei seid natürlich. Ein bisschen aufgeregt will ich auch. Freust du dich? Freu mich sehr. Los. 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 Lackgy hat's the Os Pelötus. Hard and heavy, Freunde. iment. Wasuuul. Letzittas. Nooh. Musik Musik